Es geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung und aus rhetorischen Gründen wähle ich mal die Ich-Form. Das Äußerst ist ja ziemlich bestürzend, was da so alles an Themen auf uns einfließt. Und in der Regel reagieren wir da auch eben mit Bestürzung drauf. Und jedes Mal, wenn wir halt in Angst, Sorge, Unruhe geraten, gehen wir den Weg, gehen wir, ich wollte ja Ich-Form sagen, gehe ich den Weg des Stresses. Das wirkt sich auf die Körperchemie aus und Stress hat eigentlich nur die Funktion, uns zu unterstützen. Das ist eine Verteidigungsposition, dass wir halt fliehen, uns verstecken oder wegrennen. Das ist die Funktion des Stresses. Wenn die Gefahrensituation beendet ist, können wir wieder in einen entspannten Zustand übergehen. In einer Stresssituation habe ich eine verengte Wahrnehmung, weil ich habe nur ein Ziel, dieser Gefahrensituation zu entkommen. In einer entspannten Situation bin ich in einer freien Situation und alle Informationen fließen mir zu. Und ich kann jetzt schauen, inwieweit jetzt hier ich in Unruhe gerate, aufgrund der äußeren Umstände und was das mit mir macht. Und eigentlich ist eine dauerhafte Stresssituation ein ungesunder Zustand. Und dann ist es auch so, dass wir, wenn wir selber da, oder wenn ich da in Unruhe gerate, das geistige Feld derer Nähere, die diese Unruhe verbreiten. Und das ist ihre Absicht. Weil nur wenn ein größeres geistiges Feld entsteht und vorhanden ist, ist das Vorhaben von denen umsetzbar. Also aus meiner Sicht kann ich denen am meisten zusetzen, wenn ich mich gar nicht erst in diese Unruhe versetzen lasse. Da ist ein anderes geistiges Feld am Arbeiten, was denen die Nahrung entzieht. Und vielleicht ist das eigentlich die Aufgabe, die sich uns stellt, hier in dieser Zeit, obwohl der ganze Wahnsinn ja so unfassbar ist. Na gut, lauf doch mal dabei. Am 6.7. werden wir hier eine kleine Aktion mit dem Ahorn machen. Der Ahorn selber ist eine Pflanze, die uns unterstützen soll auf diesem Weg. Näheres dazu dann wahrscheinlich nächste Woche. Und nochmal die Erinnerung ans offene Orga-Treffen. Also jeder darf sich einbringen. Kritik ist natürlich unerwünscht. Aber Vorschläge, wie es hier weitergehen kann, sind natürlich super. Okay, dann können wir jetzt eine Runde drehen. Bis dann. Danke. Danke.